moin moin und herzlich willkommen in der shredder zone heute mit einem neuen video bei pubg und zwar wie man mit nur zwei granaten ganz ganz viel glück und nur ein kill auch mal ein chicken dinner holen kann viel spaß dabei lassen wir daumen oben da wenn es euch gefallen hat abonniert meinen kanal starten wir nach dem intro viel spaß beim zugucken so beherrscht tut mir leid ja tut mir leid ich kann das mal aus meiner position aus meinem chef sessel nicht raus ich will ja so am pc und laden auf vg auf station das funktioniert nicht ich denke man muss ja das kaufen jetzt ist mal da muss man halt mal was investieren im leben es ist nun mal so ist wie in jedem spiel aber mit pc geht es doch doch das geht das pubg hier auf pc kann auf da mit rein nein aber probiert siehst du will jetzt von den anderen spielen aber geschrieben nein wir spielen gleich siehst du also er möchte auch mit uns spielen ich weiß das nicht ich blick hier nicht mehr durch wir müssen uns jetzt erst mal auf die runde konzentrieren okay er fehlt wieder oder woanders er fühlt war immer oder woanders das ist aber das ist er viel drohter bergmann okay bei der märne lasst es uns angehen muss offen für alles sein dreck ja dann spiele ich nie wieder mit euch nie wieder ist die freundschaft hier mit beendet würdest du nicht tun personal kommt der spiel ich glaube ein schweinpfalz oder wir spielen nur noch call of duty ja ganz toll du magst du bist nur dieses spiel ne hier kommt ja hier kommt beobacht ihn mal woran er geht beobacht ihn beobacht ihn beobacht ihn du musst ihn länger angucken guck ihn an ich habe über das link erst links noch ein paar waffe waffe hauen weg lad doch die waffe ich habe auch eine waffe große lassen suchen los kommt hier lassen zu mir er ist hier in der bude drinnen da rein hier rechts hier der da rein ist er blöder wichser so bin ich denn jetzt in was ist das denn schon wieder für eine scheiße jetzt bin ich hier im ego shooter modus wie kriegt das weg durch das 1 drücke ich passiert nichts er wechselt irgendwann was soll das er wechselt ist er wechselt es nicht er wechselt es nicht er geht immer nur links da ist dann er 1 dann ist eine 1-taste da war das denn hier l2 ist das 1 2 ist es bei mir ja bei mir ist er 1 du hast mich offiziell angelogen schon wieder habe ich jetzt soll ich meine kontrollereinstellung guck dir das an soll ich meine kontrollereinstellung auch schon so machen wie du das willst ja wie ich das will ich will die einstellung haben dass du die so übernimmst wie ich sie auch habe ansonsten ist das spiel scheiße der steht auf einem doch gar nicht so stehe ich sehe ich doch da gerade du stehst nur an einem hausraum und jetzt bist du in der zone ne leute 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 da hat sie dich ne logo sie das zock aber das ist auch zufall wenn 100 leute auf eine insel abgeworfen und schon fallen die da streiten an weiß ich nicht automatisch aufeinander geil wir sind drin wollen wir bleiben was hast du denn so drei medikits ein schmerzmittel und sechs energies ich glaube dass mein beamer immer ausgeht weil mein pc angeht das wird aber eine heiße heiße angelegenheit jetzt unser haus ist in der zone dicker unser haus ist in der zone wo bist du hast du die tür über die ein blick ich höre sie ich höre sie bleib stehen bleib stehen ne alter gerade eben drin jetzt müssen wir gleich aber hier weg nächstes offenes feld ne aber lass ruhig bleiben oder was ja ich bin in der zone habe mir jetzt einfach mal im busch gehocken und jetzt sehen wir ja ob sowas ja ich auch drei leute noch alter das wäre so eine enge geschichte knall die folgen mit energies und so habe ich nicht mehr bin der tod große weiß ich nicht helle dich kann ich sagen ja habe ich nicht das kam von unten ne ja da wo das da gerade vor wenn da auch in die richtung hinguckt 145 links von dir am stein ist einer ich habe einen kill vorbei f*** dich match vorbei ja das ist ein match vorbei schicken wir da ne f*** dich wooo ja alter guck mal ich lebe noch ne ich habe einen kill gemacht ich habe einen kill gemacht ich habe einen kill wieso habe ich dann auch einen kill geiler so geht das alter der fax ist streets of nowhere das war unser völlig verpeilter chicken dinner ohne sinne verstand mit etwas glück und trotzdem hat spaß gemacht wenn wir uns mal live sehen wollt wie wir zwei chaoten da mit ganz ganz viel spaß durch unsere welten rennen schaut einfach mal vorbei ich bin jeden montag mittwoch freitag und sonntag gegen 20 15 live auf twitch auch da würde ich mich sehr freuen wenn ihr mir folgt so verpasst ihr auch nie wenn ich online gehe wenn euch das video gefallen hat lasst mir gerne einen daumen oben da ein abo und bis zum nächsten mal danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.